Everybody! Ich muss mein Lowdown wieder anders machen. Ich geh direkt pushen, irgendwie. Ey, Dustin, ich bin alleine. Ich geh Team 2 pushen, ich weiß nicht. Team 2 ist, Dustin, Team 2 kommt. Nein, wehe Leute. Dustin, Streamlack überhaupt. Ich kann nicht mehr weitersehen. Ich hab jetzt ne Thunderbump, ne? Also Donnerbump. Wo ist Sniper? Kommt hier, kommt hier, Team 2. Nein, nein, nein. Sniper, wo nicht du? Ob alles ihr include? Das muss jetzt erst essen? Weil wir alle gingen das im Team? Euer, digga, warum? Warum? Warum sollten wir wegen das? Das sind wehrenlos. Das sind wir wegen das mit 8cp. Also 79. Digga, warum warum poste ich nicht? Weil ihr halt nicht gehen würde, weil du denkt, das krass. haben ja ich habe ihn jetzt wieder neu angeschaltet der brot ist warum stimmig geschenkt jetzt nie wieder mit du bist raus brode spielst nie wieder mit wer auch immer du warst wozu wozu stream snipen was bringt es her ich bin jetzt mit irgendjemandem duo aber es geht natalia jetzt als er als erster start am start ich überlege mit irgendjemand spiel ich jetzt du da der gut was geht ja ok dann nehme ich dich timo wir spielen du aber es geht mir was geht was geht tschüss noch drei abonnenten dann haben wir einfach die 1000 also alle die neu sind gerne abonnieren natürlich nur wenn es euch gefällt ja wir spielen renkt alles was geht jetzt wollen wieder viele mitspielen shit ist auch für die im stream ok wenn wir wenn ihr jetzt die runde zuschauen wir dann wieder was spielen wo alle mitspielen können grüße an alle die gerade im stream sind also muss dann alle die eingeschaltet haben noch drei abo tschüss noch zwei abos oh mein gott schon fast tausend fühlt sich gern ja das geisteskrank danke für euren support leute holy shit wir haben sich oh mein gott nein bei mir in youtube studio steht wir haben die 1000 knackt oh mein gott 99 alter a du bist du bist die bros okay jacky stimmt die 99 oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein pro timo ja wir haben es geschafft wirklich tausend abonnenten ja wirklich oh mein gott oh mein gott baby könig dann für den abonnent auch wenn es jetzt wieder die zahl runter geht ist egal das erste mal geknackt wo ich okay mach mach bereit dafür müssen jetzt irgendwas krasses machen tschüss 260 zuschauer oh mein gott grüße an alle die am start sind das ist glaube ich nein nein das ist real talk so lege oh mein gott johann carlos was geht der einfach 1000 abonnenten geknackt wie holy shit oh mein gott sorry da wie ich aber ich mache dann 1000 abonnenten zwischen die wags habe ich auch schon mal ich weiß nicht ob ich es direkt schon diesen streamer ich werde der annie wahrscheinlich nicht muss es noch ein bisschen planen und so machen ja aber krass leute nein wir haben es einfach geschafft es ist ja im endeffekt aber es ist also es ist halt vier stelle ich einfach das geisteskrank ja alles gut kathleen freust sich für mich danke der gut von tschüss des geisteskrank leute danke er die zahl ist so groß dass das die null hinten schon ein bisschen bisschen komisch auf ff annehmen kann ja ich sehe jetzt hier nur eine noah aber nehme ich auch mal an verdient danke bro let's go einfach geschafft das geisteskrank diana was geht bis graus und ich so freunde wo landen wir ok lassen was hier landen da werden jetzt welche mitkommen tschüss 230 zuschauer sehr geisteskrank was geht's geisteskrank einfach die tausend geknackt einfach so ist eigentlich nur eine zahl aber es fühlt sich so krass an stark die ich war da als du es geknackt hast danke ich habe es einfach geschafft einfach ja okay lass woanders sind das wollen lassen wenn wir jetzt sterben und minus machen ist egal ich habe das gefühl mein geld was geht wenn du was geht aber ich dich grüßen kann klar grüß gehen raus an ben müller china ist schon krass irgendwie ja ist so ne es ist im endeffekt nur eine zahl aber ich habe es ich habe es einfach geschafft einfach einfach verspannt die tausend abonnenten man muss einfach nur weitermachen ist so irgendwann irgendwann schafft man es immer danke an alle die abonniert haben die im chat schreiben keine ahnung einfach da sind am start du hast du hast die tausend gereicht ja das geist ein paar tausend panik panda king heik ist genauso nicht vielleicht was die meiste was geht was geht ist graus lexus einfach schon 1010 tschüss respekt als danke karte hier ist doch im bord und war verkauft kann ich werde mich jetzt so null auf die runde konzentrieren kann aber es mir so egal hey danke an jeden holy shit was haben wir von bock bekommen was auch ich habe nichts bekommen karl ich bin es gab wenn man geglaubt hätte ich habe schon ein bisschen mehr als tausend der dann ich sag ich habe so gedacht dass keine ahnung das ist jetzt richtig epischer moment irgendwie ich bin gerade sogar schon okay seit welcher season zockst du ich spiele tatsächlich schon seit chapter 1 season 1 aber nicht auf dem account und generell nicht auf maus und tastatur deshalb bin ich die menschen jetzt kriegst du ein kaktus eis er hat tatsächlich versucht mit jedem zu zocken aber wer so natürlich immer so viel geht ne ich hoffe ich gewinne die w-box ich brauche die dringend ich weiß nicht vielleicht mache ich das dann schon morgen das special wir müssen mal blut schild an hey das gibt es auch noch so cool bei mir hier bei mir auch wo wir hier irgendeine granate könnten wir das instant weg springen das geiler moment einfach einfach die tausend abonnenten wie knack dann kann jeden hallo leo was grüße gehen besonders natürlich auch an die raus die schon vor den 1000 abonniert haben aber auch gerne an alle die jetzt abonniert haben ist natürlich geisteskrank ah panda king was geht was geht du bist graus an dich das kannst du eingeschaltet hast ja wir kennen wir können auch wieder danach was spielen wo viele mitspielen dann wird heute live weil fünf woher bin ich ja so lange bin ich nicht live denke ich war hier trinkt ihr mal und so können wir betreten das ignoriert ich nicht versuche alles zu lesen zum glück sind wir gerade nicht in einem fight du hast mir nichts getan ist also ich glaube ich habe alles ist gechillt ist nur gerade ein bisschen nein ich bin so dumm ich habe den weg abgebrochen weil ich der versehentlich hochklettert bin ah carlos was geht braun und es geht was geht ein paar muni ganz bisschen ja ich stehe jetzt hat schon seit bekommen nein das so ja danke die muss ich brauche noch ein bisschen nein leider nicht grüße an alle die gerade im stream sind ich bekomme nur die das ist so langweilig wir haben es einfach geschafft endlich mal schildfisch das hier geisteskrank habt ihr schon abonniert danke panda king scheiße wir können jetzt den chat schreiben ich könnte irgendwas lustiges in dieser runde machen irgendwas das muss ja skypeis bauen skypeis bauen gute idee das habe ich auch schon mal gemacht wir wurden zwei runter geschossen weil wir zwar wieder drauf geklärt hat sind ja schon ein heiße warte kann vielleicht ein mod oder so und schreiben aber wir brauchen dafür die flüge ich habe insgesamt und stream 436 in oskos schon getroffen dann ist wohl heute der fünfte aber es war aber auch er war zu machen wir kombinieren trickshot von skypeis tschüss wir müssen irgendwas oder team in aber team in den rent geht nicht weil die kinder ein immer glaube ich ich habe das mal gemacht wir haben es geil ist gebaut ganz geil ist gebaut wir weil ich wollte die team weil sonst kann man rausgeschlossen werden dann dann haben wir hier daher da haben wir die einfach gekriegt ja okay wir müssen irgendwas special mäßiges diese runde machen zu den tausend abonnementen haben wir müssen ja ja das war ja warte ich hier flügel da muss ich nur noch ein sniper finden wie kann man die v buchstaben gewährleisten die kann man einfach nicht macht wahrscheinlich ich habe schon 346 in oskos on stream getroffen also nicht heute aber genau dann heute zu dir zu den 1000 digga das wäre geisteskrank vergessen immer die flügel dafür ding na die sind mir immer zu risk da werde ich immer weg gelasert stark ich habe genau ja das war an ich habe impuls grenades ich muss irgendeinen krassen trickshot wie die 1000 august diese runde machen hey das ist ja geisteskrank hätte er getroffen ja dann wäre gefühlt der welt rekord er ist ja nur fußballspiel hast du zufällig sniper egal wenn du film kommst du jetzt nirgendwo aus nach was raus war ich ich kann das hier mitnehmen warte ich erwarte ich nehme kurz den hier wie heißt du ich will mitmachen es kann irgendjemand meinen namen anschauen ich kann gut schlecht hab dich ja gar danke toro es ist so eine geile welt rutsche einfach die ich bin es da einfach die 1000 abonnenten geknackt hey da muss ich wirklich ein trickshot machen ich auch na ja es wie die hast fast recht bloß heiße ich nicht mehr das sind auch weil ich habe meinen namen geändert aber ich heiß wild das sind unterstrich rz rz großgeschrieben vielleicht findest du mich dann ich hab was ich hab was jedes video verlegt danke wir müssen wirklich ich muss ein trickshot machen kann ja aber wir haben auch der fordernden bot oder so da kann ich trickshot aufwärmen aber jeder habe ich keine munition damit dann will ich dann will ich aber auch muss weiter haben da mache ich auch mit bei diesem trickshot vor uns sind maybe gegner in trickshot bin ich gar nicht mal so schlecht was können die die bisschen länger da sind schon bezeugen edit pop wenn du noch ein bisschen länger dabei bist dann kann ich mir eine mod rolle bei dir vorstellen also mein ziel ist es noch zu werden ja das ziel haben einige da hinten ist er einfach 19 zuschauer 110 gibt ein bot der sniper ergangen aber ich glaube ja gerade sehr gerne okay für 60 noskop da unten rein gut ich habe keine munition mehr schade wenn wenn ich aus der entfernung in free 60 noskop noch nicht ja ich habe schon mal aus 306 meter den noskop gemacht macht mit schock mehr von meinten was man so hat auch eine idee also praktisch so und dann um das kann das keine munition erlaubt er bitte in der kiste ich muss mein gott ich höre fast und gefangen alle denken über großen bildschirm aber das stimmt es ist schade bild ist wieder schade wird das weiter kommen schon spiele ist schon ziemlich lang dabei der war auch schon mal mord da vorne sind doch sehr fächer ich will die sniper mit nämlich auch hier trickshot vor uns gegner für uns gegner ja aber lass lieber nicht nee lass mich halten lohnt sich nicht ich bin auf sky west bauern auf und spannend ich habe schon fast voll mit aber trotzdem größer nicht dass du am start bist hey das burger berg ist schon witzig ich kann es wirklich schon über die flügel nehmen soll ich heiße wild leerzeichen dass also ohne unterstrich wie groß geschrieben von wild und die groß geschrieben von d von wild ist die dann das denn mit d groß geschrieben und dann erst unterstrich rz groß geschrieben dass ich weiß wie du mit dem flügel wenn bei das gab es nicht gelasert wird ich muss einfach nur auf dem flügel sein und dann als rechts und links ja kein falsch haben lange nein du musst so lange drauf leiden ja ja nein ich weiß was wir als special machen ich kann es zwar nicht richtig nicht nicht so richtig akuna was geht genau weil das sind unterstrich rz nur vom wald ist die noch nicht machen totilio ramp auf ganz entspannt einfach totilio ramp ok das kann ich nicht ich kann es nicht richtig aber bisschen hinter uns links auto pass auf die dürfen nein bro weil ich muss vorbearbeitung deaktivieren also leute im chat ich kann nicht richtig totilio ramp ich kann es vor mir gegner kurz ein bisschen weiter ich habe ja nicht so viel da hinten bei mir ist eine duo bitte sagt dass sie mich nicht sehen bitte ich muss irgendwo in deckung gehen ich habe die frage angenommen die anfragen ich wollte eigentlich über ich muss vorbearbeitung deaktivieren an machen das warte 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 sonst kann ich keine tortiere ich bekomme schon wieder das war schon ich muss irgendwo deckung gehen sonst boxe ich mich ein aber es ist wenig dann gepusht wird in die sohn rein weil ich die grad aus so groß schmackhafte ganila war nice geil jetzt bitte sagen dass ein gegner kommt bitte bitte ich muss mich freuen ich nehme gleich alle an vorbehaltung deaktivieren holy shit nein bro nein nein es ist so an lakiko egal scheiß drauf warte wanderfalke holt ihr das unterweltmedaillon dann bau dir 90s dann auch mit grünen totenköpfe dann sprichst du jetzt einfach runter und ich könnte auch mal und schon auf meine trickshots reagieren die ich bisher gemacht hat auch also ich bisher früher mal und schon gemacht habe einmal ich bin auf ich weiß nicht wer davon euch der jetzt gerade im stream ist dabei war damals ich gehe auf die insel und so einer mit mir in der lobby sagst wenn du jetzt ich so ich mache für 60 no scope er so wenn es schafft 10.000 euro ich habe es geschafft er hat dann kurz vorher so noch gesagt so nicht spaß und dann auf einmal ich treffe den physics no scope habe ich sogar zwei in einer runde auch süß gemacht geisteskrank okay nächste runde wir machen dann gehe ich vielleicht vorher auf ganz entspannt auf ganz süß angelegt kurzen creative und probiert es noch mal ja das mache ich und dann let's go warte spiegel essen aber wanderfalke ist eine gute idee eigentlich tore du kannst jetzt die anfangen an dem hast recht stimmt soll ich trotzdem noch keine spiele aber noch mal richtig grüßt hatte ich habe nur glaubt dein namen gelesen die tue ich habe dich auch geändert ja okay probiere einfach probiere wenn du runter geschossen ist es egal wenn wir minus machen ist auch scheißegal ich mache das wie ich habe ich habe immer gespielt dann mache ich halt mal minus ist mir dann auch egal die nächste runde wir machen die vielleicht nicht da oben ganz da oben anfangen aber da sind welche drauf sei egal geh einfach hoch wenn du stirbst ist egal ich will das machen aber ich verkehrt mich nicht verkehrt mich jetzt unter meiner deckel bin ach so soll ich dich enden bin oder schickst du eine anfrage edit bob weiß ich ja doch dann spiel vielleicht nächste runde duo mit ähnelt hallo was geht's hallo speedy guck mal komm mal was geht's digga 1000 abonnenten bro na schon krass ich mache nächste runde auftritt hier rump also ich kann die nur richtig langsam aber aber sie sieht halt richtig aus glaubt jetzt check ich hier diese ok stimmt wir sind schon länger von jetzt eigentlich dann aber ich bin so high ok mach ich machen ja warum noch einfach sky base du hast ja nicht zu verlieren außer wir haben vielleicht paar prozente zu verlieren aber egal ich werde drauf gekommen habe dich in hallo abonniert hallo wenn ich will ich weil du fn schmieds und auch süß sagt sehr kann beim glück hallo ein k danke tore tore ja hallo 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 es geht so hallo 1000 abonnenten glückwunsch danke danke es geisteskrank ich bin jetzt schon mal okay stimmt was von berg das ist ja so krank was überlebt man mit der banane voll der mitsch ja weil ich muss dann muss es dann einsetzen schule um büro bevor ich ja okay du hörst ja dann danke edit bob holi schnitt ich weiß nicht ob man das überlebt das war ich hab ich hab ich hab jetzt auch noch beleuchtete tastatur als und so gekauft ja aber das ist halt alles auch verdammt schwieriger zu erlernen aber ich sag dir das lohnt sich also wenn ich richtig eingespielt bin ich bin ich bin jetzt auf maus und tastatur besser als nach sechs jahren auf controller echt man muss halt sagen okay egal dann bau einfach weiter aber man muss halt auch sagen ich habe nicht sechs jahre durch gespielt ich habe immer wieder pause gemacht war okay sogar für ein jahr und man muss auch sagen von chapter 1 diesen 1 bis diesen 7 habe ich nur zum spaß gespielt da war ich auch noch neun bis zehn jahre alt da habe ich nie dran gedacht besser zu werden so einfach nur so gespielt deshalb ich bin 15 jetzt das denn ja das können wir dann kurz eine minute reden kurz weil wir wollten ja eigentlich gestern über insta schon schreiben aber ja wir können auch jetzt über insta schreiben ja jeder lasst so machen okay aber bleibt mir das geld bis end geht mit trickshot ja ich hab ein richtiger team du bist runter geschossen jetzt trickshot 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 irgendwohin einfach irgendwo hin ist egal wohin ja ist so man lernt so schnell maus und tastatur die ersten zwei tage sind scheiße acht leute da musst du alles lernen und dann nach zwei wochen denkst du so gut ich leute dann kurz nicht wundern ich kann das nicht richtig aber ein bisschen halt einfach so in ganz langsam praktisch so weit dann gehe ich kurz auf entspannt auf die map hier privat weil wir müssen ja irgendwas irgendwas geiles müssen wir machen ich klar es kommt noch 1000 abonnenten special aber ich meine für jetzt spontaner lax ich wenn ich die tausend abonnenten abgeknackt habe ich dann diesen und macht warte ich habe doch gerade noch mal die mode geschenkt bekommen vom korrekten die sie arsch geht los ich wollte gerade aussehen die gg ist egal danke ja wanderfalke die gegner waren schon gut aber sie schießen halt runter okay ist halt rankt aber normalerweise wenn du ehre hast dann schießt du skybase geht noch nicht runter ich muss ich musste ich glaube ich nehme brecheisen pickaxe oder so da irgendeine goldene pickaxe das passt auch gut ich der mich hier zu box obwohl gar keine gegner in der runde sind genius warte wo ist brecheisen nicht dumm oder so oder ich nehme die ich kann mal gucken wie gut die passt tschüss ist die groß ok hätte ich jetzt nicht erwartet ich der erstmal hier reinkommt ok und cool abend ist einfach ein kommst hier können ja alle reinkommen egal sogar so lange mich nicht gilt warte ich habe vorbearbeitung an ok ich muss dann in battle ja wahrscheinlich gut erklärt mich aber glaubt nicht das gut ist gut so wait so ist der anfang warte gehen wir kurz weg braucht den platz gehen wir kurz weg genau weil ich brauch den platz erwarte so ich kann es nur langsam hatte richtige einstellung würde ich auch gerne mit ihr zeigt aber nicht weil ich bei mir um 9 kennen keine messers specially vom king comes auch an fordern ob it okay so warte dann man muss diese machen gebäude train gebäude train gebäude train gebäude train gebäude train gebäude train her zu find gewollt den geradekle IDrägen gebäude train gebäude train gern gebäude drin metre um die dringeboote train wollte in gebäude train also ihr seht ich kann nur sehr langsam aber gegner schon kann man damit bestimmt trotzdem holy shit und wie ihr seht es glaubt auch richtig so wenn man es von der seite anschaut dann würde ich vielleicht mit edit bob in duo gehen weil wir machen jetzt nur prank wir müssen halt dann beide zusammen für mich metz farmen weil tortilla ramp braucht pro etage eine etage besteht aus den zwei teilen ich wollte sorry speedy ich wollte nur auf süßen einen kleinen hit geben ich wollte der retag auf süßen und kleinen hit geben ich habe gerade nicht dran gedacht dass ich hier den hätte ich jetzt nicht erwartet irgendwie passt die picke ist doch nicht so ganz war dann wohl doch die one pump ups danke wanderfalke aber so krass ist jetzt nicht warte mal wie ist es eigentlich bei wohnen gewonnen ich muss das mal wirklich schnell lernen das wäre krank ja direkt mal verbildet geilen verbildet dieses wort auf einmal ok die richtung der tierr ist nicht so ultra schwer würde ich sagen es ist man muss halt wirklich gut teilen natürlich so wie system oder so kann ich noch lange nicht wie lange machst du schon youtube auf dem account hier seit 2024 und live stream seit eineinhalb monaten etwa warte mal die tortilla ramp war jetzt falsch oder wie jetzt wieder die level auf die kraft durchgehen aber man braucht halt schon lange um die durchzuschießen ein magazin und das jetzt in holz es wie die sorry du bist aber in meine schussbahn gelaufen ok also man kann die tortilla ramp abbauen ist aber schwer dann würde ich jetzt mal leften so lange gehe ich natürlich noch alle auf ekel hat mein spaß gilt entschuldigt man nicht mit mich begegnen ich hier alle umbringen war jetzt sind die bilds auf einmal herr warte was passiert wenn ich da beendet machen will ja gut ist schon vorgefertigt perfekt der jetzt sind die das habe ich auch ja okay aber dann habe ich alles vorbereitet also edit pop dann nehme ich dich jetzt für die runde oder okay ich muss noch kurz wie die a was jetzt wie die hallo lass kurz mal kein rein weil wir wollten ja kurz reden okay ja katz zu kurz oder ich weiß ich will zu streams stumm schalten kurz oder mir ist egal musst du sagen ja okay dann ja okay also dass in denn ja und und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich würde mitspielen. Ja, ich würde mitspielen, aber also... So, Jungs. Hallo, Hallöchen. Moin, was geht's? Einer von euch muss halt jetzt, kann halt nicht mitspielen. Ich will niemanden kicken oder so, ne? Ich mein, ich hab als erstes gefragt... Kann die sagt... Ja. Warte ganz kurz, einen Moment. Kann dieser Dizzy reden? Ich hab als zweites gefragt. Ja, der kann reden. Ja. Also, ich und, ähm, ich und dieser, ähm, Speedy, wir haben halt als erstes und zweites gefragt. Oder wir können einfach Kruppenkeile spielen. Ich hab aber auch direkt gefragt, also ich hab auch nicht... Aber Gruppenkeile kann man schlechter T-Ramp machen. Ist so. Also, ich würd' wirklich sagen, dass wir, äh, rankt, äh, rankt oder halt, ähm, Team. Nochmal, wir spielen. Ja, du, aber... Ja, du, aber... Ich bin jetzt kein Rank, wenn wir Totoro in Bohnenburg... Ja, ich bin mit Team, aber... Das sind viele, das übrigens die Skin-Kombo, die hab ich extra gemacht wegen... Gestern hab ich mir noch gedacht wegen... Ah, ja doch, die sieht gut aus. Sonst mach ich halt Auslosung, also der, der auslosst, wird, wird dann halt gekickt. Ey, ist Konto-Level 1045 gut? Oder 1144? Also, ich mein, ähm, das sind... Sorry, dass ich will... Ich will nicht gemein sein. Ich möchte keinen beleidigen, aber der Grüne kann... Also, ich weiß nicht, ob der Grüne reden kann. Ich hab ihn jetzt nicht reden hören. Der Dissi? Ja, ich glaub, er kann nicht reden und deshalb wär halt auch ein bisschen... Schlechter, ich mein. Hä? Aber ich will niemanden Vorwürfe machen. Er redet, er redet, er redet, er redet die ganze Zeit. Hä? 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 Ja. Was habt ihr denn? Ach so, Speedio hat jetzt verlassen. Ich hab grad gar nicht gecheckt, wer verlassen. Bro, sorry, sorry, ich will, ich hab dich gar nicht gehört. Es tut mir leid, du hast leise geredet. Ja, ich will nicht glauben, weil mein Papa muss die ganze Nacht, äh, fahren, nach Dänemark und er schläft, deswegen. Soll ich nicht so laut sagen. Oh, aber kein Rocket Racing, oder? Ja, du willst du Rocket Racing, also der Titio Rap bauen? Der hat jetzt Rocket Racing gebaut. Ah, John, was? Auf einmal, auf einmal. Auf einmal, auf einmal, die, wie Spiel Rocket Racing, auf einmal, auf einmal irgendein Spiel, auf einmal das gebaut, äh, Tortilla Ram. Auf entspannt. Auf entspannt. Ja, aber ich bin auch noch jünger, also ich bin jetzt erst löffel, ich bin jetzt erst elf. Ich bin jetzt fünfer, aber chillt nicht alle gleichzeitig. Speedy, wenn ich nicht halt, oder doch, ich kann Speedy wieder annehmen, Wade. Ich bin seit einer Woche bei Dustin dabei, und, äh, ja, und ich nächste Woche, ich glaub Anfang der Woche war er noch bei irgendwie 700. Ja. Ich bin seit heute dabei, ich bin auf den Short, auf den, auf einmal, ich bin auch auf Short gegangen, und ich, äh, und ich auch gerne kleine YouTuber damals war, also da, als ich getroffen habe, hab ich gedacht, boah, ist das, 700 ist ja schon, richtig krass, aber, da hab ich noch gesagt, bisschen kleinerer YouTuber, deshalb hab ich ihn unterstützt, und jetzt ist das schon 1.000. Also, way to go, ne? Ich bin schon fast, das sieht man nur im Way. Also, ich, ich war eben auf Short, und denk mir so, oh, HanStreamer, hab mal reingeschrieben, könnt ihr mich grüßen, so einfach dazu, um zu checken, ob er auch irgendwie zurückschreibt, oder so, in der Hand halt zurückgeschrieben, da hab ich irgendwann gefragt, ob ich halt mitmachen kann. Und, ja. Also, ich mag das. Da wurde keine Nachricht. Ja. Da wurde grad ne Nachricht aus, automatisch im Chat ausgeblendet, wartet kurz. Weil hier steht top-nachrichten, alle Nachrichten. Digga, schon hat einfach Adolf Hitler reingespampt. Bro, das gibt, das gibt keinen, das gibt keinen aussetzen, das gibt einen. Termalband. Dann nehmen wir mal für zwei Wochen weg. Big Mac. Nutzer auf diesen Kanal ausblenden für immer. Okay. Ey, so, tschüss. Also, tschüss, grüßt, geh raus und nicht, dass du mal am Start warst, äh, was du reingeschrieben hast, geht nicht. Bro, das geht. Du musst jetzt, ey, äh, chill, 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 chill. Das sind. Ja, da kann man gut fahren. Ja, da kann man gut fahren. Ja, da kann man so was, ähm, wie kann man so was Schlimmes reinschreiben? Das sind, du musst aber dann Ende Streams dann, ähm, so reinmachen, damit man das nicht hört, weil sonst, ähm, wird dein Stream gesperrt von YouTube. Ey, wie wirst du das? Ey, das ist doch nur ein Name. Ja, schon, das ist nur ein Name, alles gut. Äh, YouTube sperrt mich auch nicht, deswegen, das ist meine Regel. Ich mein, der, das ist, YouTube würde jetzt sperren, wenn ich, wenn ich euch komplett beleidigen würde. Nein, weil, ähm, wenn man darf ja, ähm, dieses, diesen Namen eigentlich gar nicht sagen. Also nicht in Deutschland. Ja, aber das Problem ist, das ist so, ich meine, der, aber der ganze Chat hat doch sowieso oder so gesehen. Ich mein, es macht jetzt keinen Unterschied, ob es die Zuschauer hat, oder. Ja, ja. Ey, und irgendwie ist bei mir der Stream irgendwie angehalten, dann ich hab eben mein Handy. Rass mal zu, wie bei Auto und Geschichte unterricht, die Leute die ganze Zeit sagen, was. Ey, guck mal, ey, irgendwie, äh, das sind irgendwie, der Stream ist irgendwie angehalten. Also ich wollte mich halt, ich wollte mich halt, äh, ich wollte mich halt, äh, ich war auf meinem Handy, ich wollte halt Moderator werden. In der Battle Royale-Runde irgendwie. Ich hab, ich hab, ich hab einen guten Freund getroffen durch, ähm. Durch das, dann hab ich einen guten Freund getroffen. Ich hab, ich hab jetzt den Redestein, okay, ich hab jetzt den Redestein. Okay. Durch das, dann hab ich einen neuen Freund getroffen, und zwar, das ist, äh, Mini-Mod, nenne ich den. Die Grüße an Timo, wenn er im Chat ist, ne? Ähm, ja, ist ein Ehremann. Und deshalb will ich Mod werden und mit dem richtig mehr so zu machen, weil der richtig nett ist. Wie Mods. Wie Mods. Mods. Mods ist ein Moderator. Ey, Jungs, sie müssen dann eure... Mets. Ich hab ja gar nicht, Mots, hab gedacht, dass die Gegendemacht zu nehmen ist. Warte, komm mal her. Warte, T-Ramp wird ohne Mets schwer. Ja. Warte, ich hab was damit, wenn ihr ruhig geht, ich hab dir gleich an das reden. Das, ich hab jetzt eine Woche reden, steil, warte kurz. Und zwar, ich hab was für dich, Dustin, komm mal her, halt dann, wenn du runterfällst von T-Ramp, dann stirbst du nicht gleich. Okay, was? Ah, okay, könnte ist gut, ist gut. Ey, ich stopp dir gleich einmal, Mets, ich muss nur ein bisschen formen. Wo ist denn? Dass du hier nimmst? Ey, das wird ein witziger Prank. Ey, und was noch geil wäre, wenn wir dann noch epischer Sicht wollen. Ey, 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 wollen wir vielleicht später mal eine Skybase bauen oder so? Und dann halt irgendwie jeder irgendein Move mit Item, dass man halt nicht stirbt, wenn man abgebaut wird. Freunde, ich hab das Gefühl, wir sind in der kompletten Botlobby. Den gibt's doch nicht mehr. Oh, Peter Griffin ist seit 10 Jahren weg. Ey, was verkauft der Bot da unten? Ich will nicht alle Mets raus. Ah, okay. Soll ihr doch herkommen, eins gegen eins der Cake? Ah, nee, ich will nicht bauen. Könntet ihr Tieren machen, oder wird mehr Young holen, dann Endgame. Ich finde, man kriegt bei Stein, weil, also man kriegt ja bei Stein viel weniger Mets raus, wenn man irgendwas, selbst das fucking mies ab. Wir müssen jetzt nur auf Metal farmen, wir brauchen Metal. Ja, ich fahre, ich fahre gerade schon richtig viel Metal. Ah, danke. Okay. Ich hab nur 16, äh, Metall. Ich hab 3. Ich hab 3. Ich hab 100 Metal. Ich krieg von denen voll wenig, aber ich hab dafür noch 120 Steinen und 56 Holz, also ich kann die gleich alles geben. Das ist ja wie viel brauchst du Metall. Ich hab, ich hab jetzt 100, ich geb dir kurz Chill. Oh, 100 ist schon viel. Okay. Ja, ich hab die ganze Zeit nur Metall gefarmt. Ey, wir sind glaubt, vielleicht wirklich in der Bot, glaube ich, ja. Aber so, guck mal, normalerweise müssen wir ja schon alle bei uns dann sein. Oder halt auch mal pushen gehen, aber die pushen eben gar nicht. Hallo. Ey, chill, wenn ihr alle gleich sind, kann ich... Ich hab mit das Ding geredet, ne? Ja. Okay, okay, jetzt. Ich glaub, ich hab hier Schildmauer aus. Falls bei uns runterschieds, ich hab Schildbubbles. Hacker mit den Voll-Damage-Safen. Nein, mit Schildbubbles können wir halt, äh, dort, wenn die halt, äh, dort, wenn die halt auf uns schießen. Ich weiß nicht, bin ich halt dahin. Trubel und Dustin. Also im Bauen, Leute, da bin ich der Beste. Das möchte ich nur kurz sagen. Sicher. Aber von T-Ramp fand ich von Dustin krass. Sag ich ehrlich. Es war zwar nicht schnell, aber ich hätt's in drei Jahren nicht dahin gekriegt. Hier ist doch eine Banane, ne? Jeden Tag, äh, Dings. Oder halt nur mit dem Trickshot. Der Trickshot von Tortilla Red mit Free-Sixion-Oscope wäre ein geisteskranker Trickshot. Ey, aber Dustin, ähm, also ich kenn ja, ich kenn so ein paar YouTuber, die löschen dann ein nach einer Weile, äh, machst du das dann auch, oder? Meinst du, wenn man Mod ist? Ähm, nein, äh, manche löschen einen nach der Weile. Das heißt, wenn man mit irgendjemandem zum Beispiel spielt... Ach, so, die löschen die nicht, oder? Ja, ja, ich löscht dich jetzt einfach mal, und dann... Oder... Also ich muss halt irgendwann vielleicht mal die Leute, mit denen ich... Also, sagen wir mal, meine Freundesliste ist voll. Mhm. Und dann geh ich einfach Liste durch und schau mit Leuten, mit denen ich ewig nicht mehr gespielt hab, die lösche ich dann, die ich auch... Wo ich weiß, die waren jetzt ewig nicht mehr im Stream. Aber bisher mach ich das noch nicht. Also ich würde das nur machen, wenn ich keine neuen Freunde mehr hinzufügen kann. Ja. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, äh, Shorts gucke, dann kann man ja irgendwo auf Live klicken. Ähm, und dann sieht man dich ja dann auch immer. Dann sieht man ja immer seine Abonnenten automatisch als erstes, ne? Also, ich kann's... Mir kann's geil bisbauen. Ich hab schon einen Kameraden, wo ich keinen Fallschirm bekomm. Hä? Wie ist das schon? Ey, Chat mal, sag mal kurz still. Selbst wenn jetzt, ich jetzt jemanden löschen würde und er kommt dann doch mal wieder im Stream, er war länger nicht da, aber kommt dann wieder in Stream, dann würde ich ihn auch wieder hinzufügen. Ja. Also selbst, das wäre kein Problem. Ey, soll ich die AR nehmen oder die blaue, also die grüne AR oder die blaue Maschinenpistole, weil von oben macht's ja irgendwie mehr Sinn, wenn man, ähm, die grüne AR hat, oder? Ja, doch. Ich hab auch... Ich hab auch jetzt auch... Ich hab auch jetzt auch gebannt. Ich find, Dustin ist ziemlich entspannt, aber warte, Dustin, ich hab jetzt fast 200 Metall. Bin tatsächlich nach 6 Jahren noch nie richtig wegen Fortnite Gerage hab noch nie die Tastatur oder so... Warte, bleiben wir stehen, Dustin, ich geb dir kurz begonnen. Ey, warte, ich kann dir fast... Ich kann dir 450 Mets tropen. Ich kann die 450 Mets tropen. Oh, shit! Ich bin fast wohl mit. Okay, hier, ich geb dir 450, ja? jetzt habe ich ja keine mädchen ist drin hier sind nur bots drin ich habe hier ich habe die gerade hier sind 450 hier sind 450 das sind ich bin ich bin froh ich bin froh okay wir machen ja nicht nur sky bis sie machen ja wir machen auch die bildheit das sind aber ich will sagen und lobby hat irgendjemand von euch eine sniper ich hab zeus blitz ist aber ich bin zweist von euch ist eigentlich ganz okay aber man wird in der luft so abgesprayt genauso wie also genauso wie mit flügeln aber er war jetzt nicht eure märz okay er kann ein bisschen gleich ich habe noch 200 metall 59 grecken ist gut 59 grecken leute denn es abgehauen ich habe hier 59 grecken ich treffe diese waffe also der ist jetzt weit null von 200.000 tüten der den habe ich sechs und das hühnchen keine ahnung ob das klappt klappt das mit dem goldenen ja mittlerweile sind in normal battle royale nur noch bots boston pump und socken auch wirklich ein sniper ich habe zeitig bei das in zukunft gepusht und bin jetzt bei ihm ich war letzte woche noch sonntag bei branchen jetzt bin ich schon gold 3 genau ich habe seit vorgestern richtig ich wurde selber zwei oder drei eingerankt und habe halt seit vorgestern bank angefangen bin jetzt platin ich habe 200 ich bin wohl nur noch ein bisschen mehr ach so metal ja ja metal brauche ich noch aber ich finde das so krass wie dieser busch vielleicht kennt ihr den ja wie der so also ich bin voll mit hey bitte redet nicht alle gleichzeitig sonst ja metal ich bin voll mensch ich bin ok ich habe gar nicht richtig mal ein bisschen will ich das denn ich rede jetzt nur noch wenn du irgendwas zu mir sagst ok ok sonst reden zu viele genau rede einfach nur wenn es nötig aber wir machen so wenn du noch ein gegner lebt gilt die nicht ja gegner auf kam wartet an ist würdest du borten emilien krüger brauchst du bist du voll das denn noch machen wir machen diese runde wir spielen nicht auf kids oder sowas wir spielen nur dass ich tortilla ramp mach ist der sinn warum geht das ist nicht richtig gut aber einfach das denn bist du metal voll mit oder soll ich noch was geben ich bin komplett voll alles ich bin ich ja auch also noch 100 eisen ich habe alles wollen dass wenn ich habe noch ein bisschen metall er ist voll es hat alles wohl also wie gesagt wenn die letzten oder die letzten gegner killen wir nicht werden wir drei müssen die geisteskrank schatten ok kann ich da hinten so echt das sind echte gegner ja doch das ist ein deutsch hast recht der hat eine sniper die brauche ich die brauche ich wir müssen die zwischen das sind ebots also von dem her wir können nicht sterben macht aber ich weiß nur ein achte ich habe 1 60 1 6 correct auf dem dach der gleichzeit gegeben nicht an diesen der das kann jetzt nicht sein nein das ist so behindert ich bin so dumm digger das nicht kommt das stimmt nicht leute da ist gleich sie mit granaten der wartet hier der will mich mit granaten killen ich brauche noch ein paar hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ich hab ihn hab ihn 59 weiter ich hab ihn ich wurde gesniped ich wurde gesniped ich wurde gepumpt ey dürfen wir bis hin verwenden das sind ja klar klar jetzt benutzt bringt ja nichts wenn wir dann sterben und dann gar nichts mehr machen können der das ist hab ich hab noch ein ich hab ein aber ich hab mich noch einer gesniped aber ich hab mich ich hab zwei leute geholt du musst nur aufbauen das sind dreckst du musst du aufbauen spieler kommen rein ich hab zwei leute gut wir müssen die finischen für kids aber ist ja normal ob ich komm kurz auf oh mein gott ich sterbe an sohn so ist so schlecht es ist so schlecht digger scheiße ich hole dich dann wieder nein digger egal egal bereit machen die gegner waren wirklich scheiße die haben legit einfach controller ich hab auch zwei leute gekillt aber dann hat die einer war gut im snipen und der Rest war eigentlich stundschuss das ist es halt sobald ich sobald ich kein ranked spiel unterschätze ich die gegner viel zu krass ich auch ich auch das wären noobs ich auch das waren auch noobs aber bisschen besser als noobs und deshalb bin ich rein und hab ich hatte ja nicht mal der pump so hab gedacht jetzt bekomme ich den hit aber ja ich auch sobald ich meine normale runde zock ich habe auch ein freund und der war mit mir eine rank runde jungs darf ich euch eine quote fordner code sagen du was was eine fordner quote und zwar und zwar und zwar guck mal mädchen sieht wie wie shield man trinkt sie einmal und dann gehen sie sofort wieder weg jungs wie in der green heel ja die bleiben so lange bis du stirbst ja ist jetzt bitte dramatische musik bitte so 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 kurz kurz maschinengewehr aber egal ich bin einfach jetzt eine desert eagle in der free lobby eine blaue ich mache eine challenge für 1k abos okay ich spiel jetzt noch mit ich spiel jetzt noch mit pistol ab jetzt Ohr holen wie das mutig sein wie das mutiger wenn jetzt schwitze in der runde sind dann bekommst du denn das sind das sind das sind als er auch im YouTube-Kanal und ich wollte fragen hast du einen Tipp für mich zu also ich der so nicht öffentlich gestellt weil ich erst mir üben soll aber hast den Tipp für mich ich habe ein tipp für mich ich habe ein tipp für dich ja okay sagt dann mach ich mal selber ich mach selber YouTube ich auch ich auch oh also mein YouTube das heißt nicht mehr also ich mache ich bin halt nicht so beliebt ich hab 10 ich hab jetzt 10 abos erst also das einzige was dir empfehlen kann gib dir mühe sei immer netz und eine sache musst du auch sagen hör nie auf zu lächeln wenn du auch noch zu lächeln ich kann dir meine tatsache und sich aufgibst also willst du mit deiner stimme machen also dass man deine stimme hört ja ich habe facecam und alles auch so facecam sogar facecam würde ich noch nicht man da wird das wird das würde ich bei 10.000 oder 1.000 je nachdem wann du facecam machen willst du kannst auch jetzt also ich hab dir halt schon längst ich hab dir halt schon längst so ich weiß nicht also es ist halt wie gesagt private also ich soll halt wie gesagt erstmal üben bevor ich halt irgendwie YouTube videos hochladen also ich sag dir fang mit shorts an du machst auch fortneit oder dann ja klar fortneit ich kann alles tocken also brotts das auch habe ich empfehlen besonders am anfang nur ein thema zu machen also dann nur fortneit das dann kann man am anfang ein bisschen besser zu durchziehen warte ich lese gleich vorwanderfalke ich habe blitz perfekt okay das hilft ja auch voll der mensch und dann ich würde shorts machen dann wenn du 50 abonnenten hast würde ich anfangen live zu gehen weil wäre ich nie live gegangen hatte ich wahrscheinlich jetzt noch lange nicht die 1000 weil durch live gehen bekommst du so richtige zuschauer mit die du interagieren kannst und so ja klar und dann bockt sich YouTube auch mehr kann ich zu sagen aber ähm ja dings ich also shorts die geld gehen ja immer nur eine minute oder gehen können nur eine minute gehen die muss man da so zusammenschneiden aber es haben ja auch viele so soundboard und so und ich habe keine ahnung also ja das sind wir hier an bord und ich weiß nicht wie das einfügen und so geht dazu musst du ja einfach den YouTube Tutorial schauen das denn bleibt mir stehen warte ich lese ich will nur sagen das waren keine noobs war man früher auch anfänger vielleicht waren es welche die niemals noobs sagen dass wenn ich habe 500 menschen zu denen ich auch nicht böse gemalt mit noobs auch wenn ich sag das wenn ich sag mich hat ein Drecksnose angekillt chillt meine ich das nicht böse ich meine dann nur das was er gemacht hat ich habe nichts gegen no Skins oder schlechte Spieler das steht auch in meinem YouTube Profil habe ich auch geschrieben es kann jeder mitspielen egal ob man reden kann oder nicht egal wie gut man ist jeder kann mitspielen zum Beispiel Namin aus dem Chat ist einer der Top Supporter ich antworte gleich Panda King ist einer der Top Supporter ist richtig krass dabei darf immer mitspielen und so ist aber an sich schlecht entfordert aber da scheiße ich dann drauf nur wenn ich jetzt rank pushe dann habe ich schon lieber bessere Gegner äh bessere Mates in der Lobby weil es sonst schwer ist zu pushen aber ansonsten jeder darf mitspielen aber wer ist das mit diesem weißen heroes gehen gewesen wie meinst du ja der nicht gekillt hat der mit dem grün nein 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 der weiße nicht der waren eurer der in deiner Gruppe war ich hab ja kein Problem über mich killt aber der er er hat die ganze Zeit gesagt lass mal nur auf das denn gehen check ich da nicht so warum also ich hab da gerade ein Auto für 100 Gold gespawnt ja steh drauf doch warte ich fang kurz ey ich fang jetzt einfach früher an mit der Tatiya Ramp oder mit der ersten zumindest ich hab noch 500 Holz wenn du brauchst ich hab schon voll Holz ey warte ich geh kurz zu Dustin ich geb ihm kurz mal Metal ja das ist immer Metal doch doch die OG Skins habt ihr OG Skins zu hören wann noch Volke ja aber warte Panda King mitspielen er hättet ihr vielleicht auch OG Skins oder so nein nein auf dem account habe ich also da ich hab auf dem account ein bisschen was seltenes aber nicht OGs ja ok ok also ich hab irgendwie das Gefühl bei Standard Skill und so markiert man auf wo ich hinfangen soll bei denen hab ich irgendwie immer das Gefühl die werden kaum ähm also die macht kriegen so viele Abos nur weil sie irgendwelche seltenen Skins haben ja ok hier so hier so in der Richtung also ich hab halt auf einem anderen account wirklich OG Skins aber wenn ich ich mag OG Skins OG Skins sind meine Lieblings Skins aber nicht weil sie OG sind sondern weil das halt die Skins sind die ich früher immer gespielt hab mit neun Jahren die ich damals gefühlt haben das ja wenn ich die spiel das irgendwie bisschen zu Nostalgie deshalb ich finde halt keine OG Skins ja komm hier umarmung umarmung das Ding gib umarmung auf Kaktus heißt angelehnt ok auf Kaktus 1 angelegt let's go let's go ich glaub ich hab mich grad verbrannt ey komm mal kurz Lappfässer dieses Lappfässer ey Katschi das denn das denn das denn du kennst ja Apache Ben gell Apache Ben ja boom der hat mich einfach als Duo abgesetzt geehrenlos ey Mamed Kids ey Klapp bei Rebell bei gegen Klapp bei Rebell oder so wie der heißt Dizy Mamed Kid danke ah du heisst nur äh Dings Dings warte ich nehme gleich an ah ok ok du kannst ja lobby kommen Panda King ey was findet ihr das viele YouTuber einfach nur gemocht werden weil sie OG Skins haben oder so ja doch schon Standards Skins das ist einfach nur Fade to win wisst ihr warum das denn alle so mögen weil das einfach sich Mühe geben weißt du wisst die ich mein ja danke bro ja ok natürlich die anderen haben natürlich auch Cutter die großen YouTuber ja die haben auch guck mal die haben alles was was so die sind auch von sich an die sind erwachsen die haben auch mehr Geld aber ich finde die Flexen ja die Flexen aber auch die Flexen aber auch viel zu sehr das ist mit ihrem Geld um sich viel ähm viel äh wie heißt es ich spreche viel Englisch das äh viel Impressive also viel Impressive weil ähm er halt einfach sich mehr Mühe gibt obwohl er in die Schule geht obwohl er seine Zeug macht obwohl er aber ich meine ja noch für Tests lernen so ja schön ich habe vor der zwei Stunden ich bin ja im Gymnasium ne also in der Größe also ich bin ja im Gymnasium eher so einer der besten so gute Schulen wo gehst du zur Schule kurze Frage darf ich jetzt nicht sagen wegen Datenschutz ja 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 ok will nicht dass dann äh irgendwelche Leute mich das ist im Stream ja alles gut alles gut ähm aber also ich bin halt auf dem Gymnasium deshalb ähm ist eine hohe Schule da muss man hat man viel zu tun kennt ihr ja manche Schule ich bin aber erst fünfte bin aber erst fünfte Klasse ich bin ähm will ich auch nicht sagen hä wartet kurz sowas sage ich nicht gerne ist halt immer solche persönlichen Informationen sowas sage ich nicht gerne ja klar aber die Klasse ist ja egal so ja es gibt paar Leute aus dem Stream die mich kennen aber es ist ja genau das gleiche wie wenn man sagt ähm das Alter ist ja eigentlich noch schlimmer als Klasse ja ich kann gerne sagen Alter finde ich nicht schlimm tschuld wartet kurz ich bin